Alles okay? Ich glaube, Sie haben das noch nicht ganz begriffen. Das ist kein Spiel hier. Das ist ein Geschäft. Geld gegen Geisel. Du weißt ganz genau, dass es Situationen gibt, in denen du in Sekundenbruchteilen entscheiden musst, ob du schießt oder erschossen wirst. Und Henry hat sich nichts, aber auch gar nichts vorzuwerfen. Ich habe... eine sehr schlechte Nachricht für Sie. Sie... Ihre Tochter wurde heute Abend ermordet. Jetzt hören Sie endlich auf, mir diesen Scheiß zu erzählen. Sie stecken mit Uta Ebert unter einer Decke. Sie haben eine Entführung vorgetäuscht. Wo ist die Frau? Du hast genau richtig gehandelt. Keiner konnte wissen, was geschehen würde. Bringen Sie meine Mutter um? Nein, das glaube ich nicht. Polizei! Stehen bleiben! Hat heute Morgen jemand einen Kollegen schlecht behandelt? Dankeschön! Beast! Untertitelung des ZDF, 2020